moin leute und willkommen zu einer runde quicksg mit dabei ist kreatics hd moin alles fit bei euch meine freuen ich habe jetzt ein neues texture pack ich habe eben gesehen dass stegion die dritte version gemacht hat das hatte ich erst nicht gesehen und ich wollte mal bei mir vorbeigucken ich release bald als 150 augungswäsche mein texture pack ja das ist auch ziemlich nice oh ich dachte er ist luki beta von rainbow six also alle leute die rainbow six haben oder die beta spielen können sich ja mal bei luki melden oder bei... ja genau wer rainbow six nicht kennt das ist halt so ein tatsächlich eke shooter game die ersten andere die ich da gesehen habe waren ziemlich nice aber auf jeden fall wird die beta nur vier tage gehen so die haben einfach einen einschwerden gib mal ein steinschwert oder so ok ja invidia verschenkt glaube ich immer noch beta keys also ihr müsst mal ein bisschen rumgucken auf youtube und so dann könnt ihr davon vielleicht auch noch einen beta key ja die beta geht vier tage ja ja gg äh ja mir also die ersten eindrücke die ich vom video gesehen habe ich kenne ihn jetzt gleich ich kenne ihn jetzt hab ihn jetzt kann ich dir gleich den eisenschwert geben ich werde gleich wie ein eisenschwert hier außen wo bist du überhaupt doch ich habe drei eisenschwerte hier hast du noch einen diabrus ne ne gab es zwei hast du einen bogen das sieht nice aus hast du einen bogen äh ja gib mal ich habe einen für mich halt ach ja ach ja und ähm ach ja ach ja ich bräuchte immer noch designer wäre nett wenn sich einige melden die das video sehen weil ja das mit dem design von meinem kanal ist ein bisschen scheiße und wenn ihr dort die zeit zu habt ach das mit dem bitte ach ja ich wollte den nur ansprechen ja 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 hast du doch gesehen dass der timet ja trotzdem ja was ja trotzdem wahrscheinlich ist er rausgekommen nachdem ich den geschlagen habe bei dir der will den tee setzen und dass auch nicht geschluckt worden ich bin einmal getroffen ich habe getroffen frisst mich was macht ihr denn da damit kein niski geben ich kann mir die wanduch nachgeln gib mal aisen schuhe ach ne ich hab's ja welche da brauchst du jetzt einen bogen da brauchst du den bogen ne ich hab hier ist einer zwei hab ich gleich noches uhr gesehen Ich hab sogar den K.M. Leut, das sind zwei Hälfte. Der eine hat ohne Einen Schwerde. Ich brauch' Helm. Aber ein. Der andere geht ins TNT. Mann, er hat nen Goldaffel. Meiner auch. Leute sieht geil aus. Nein, das war meiner. Ich hab eigentlich k.l.S. Ach, genau, tschu! Ich muss jetzt nochzek Kalier sein, und dann sehen wir, wie die dürfen hier alle aussehen. Ah ja und ähm Jemand hat mir zu den Kommentaren geschrieben Sorry dass ich den Namen nicht weiß Ich sende ihn jetzt wahrscheinlich ein Äh dass er mir ein Texture Pack machen würde Also wenn das macht finde ich Ja wenn das macht finde ich mega nice Also ich hab mich nicht gerechnet dass einer das schreibt Weiß gar nicht wer das ist ne Komm mal raus Von Crafted oder? Der Junge da Ach so Der mal genervt hat Ja ne Wenn der mich direkt schon weggemacht hat er nicht genervt Dann hat er das nie gemacht Ich will eine grüße an dich Hakan Oder Das King Nein So läubiger die Lava aussieht Woll ich will die Kinder haben Hey wollen wir direkt los? Lass du Gold dafür? Ja Lass weg oder? Ist ok Nein mit Mit Gold Apfel Bogen TNT und Gott Bow Aim des Todes Irgendwann noch an den Bogen gewöhnen Erste Runde Beide Beide Oh Du läufst immer gleich Los Spam alter Man Ich hatte gehofft Du willst mich hinterher waschen Oh 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 GG Aufjedenfall Wenn euch die Runde gefallen hat dann zeigst du mir mit einer positiven Bewertung Und dann würde ich sagen Ja oder rein und ciao Ich ja Ich bin scherger Ich bin Vielen Dank. 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 Vielen Dank.